Name? Dominik Schmidt. Alter? 25. Herkunft? Berlin. Position? Innenverteidiger. Welches Spiel wirst du nie vergessen? Mein erstes Champions-League-Spiel in Tottenham. Gibt es Rituale für dich beim Fußball? Da habe ich eine Menge, aber die behalte ich für mich. Wenn ich kein Fußballprofi wäre, dann? Wäre ich noch in Berlin. Welche Idole hast du? Ich habe keine Idole. Was ist für dich das Besondere beim SC Preußen Münster? Es ist ein gut geführter Verein mit hoher Tradition. Was findest du an der Stadt Münster positiv? Viele Studenten und ja, schöne Stadt. Super, danke. Vielen Dank.